so weiter jetzt kampfschläufer angriff überlebende von endo aber wie die geier holen sie sich der teil mann 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 ja wie sagt so sieht jetzt standard aus die berühmte Operation wie geplant, fortsetzt. Warte mal, jetzt muss ich selber, dass man gegen Watt ist, warte mal. Ja, das ist der Grafik, weil das die Farmkräfte ja sind. Muss ich jetzt erstmal überlegen, ey. Oh, komm, verpiss dich, Alter. Ah, sehr schön. Ja, ich wollte noch wechspringen, aber Katöken nimm's mir, fuck. Ganz schlecht. Komm, 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 komm. Der Imperator selbst wird unseren Sieg sicherstellen. Seid vorsichtig, sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Wir haben ihren Abweg der Affiliate. Sehr schön. Boah. Boah, passt da keiner auf, ey. Was war denn das? Ja, sehr schön. Ah, da oben ist auch inner, Mann, der Ding liegt total beschissen. Mann, das Ding steht im Weg hier. Mann, ey. Belastend. Wir müssen wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Ah, war ja klar, dass da nur Schrott ist. Zielerfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Operation wie geplant fortsetzt. Und zu den Abwegstationen der Rebellen vor. Oh, die hauen alle rein, ey. Oh, die hauen alle rein, ey. Verpiss dich doch mal, ey. 20.000 Leute nur bis dahinter, der mich denn nicht killt, ey. Echt, ey. Unsere Suchtruiden haben Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Holt ihn euch. Jedmal ist zum Baum hinweg, alter. Wir haben ihren Uplink deaktiviert. Verhindert jegliche Reaktivierung. Mann, fuck. Die Rebellen kontrollieren die Uplinkstation. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Wiringbomber ausform. Gibt's nicht. Bald immer an der Arsch der Weltsporne hier. Rebellenabling gestört. Ah, geht doch. Die Rebellen ab. So ein Spinner hat mich neu geführt, ey. Das ist so dicht, ey. Du siehst nicht eine Sau, ey. um einen Angriff ihrer Wildwings zu verhindern. Skywalker ist besiegt. Ey. Komm nicht zum Schießen, nix. Wir müssen diesen Uplink abschalten. was ist hier los so ein schrott geht mal die Rebellen haben den Uplink aktiviert vorrückend abschalten diese scheiß assig ey die Rebellen haben den Uplink aktiviert vorrücken und abschalten ja war ja klar los du spawnst am Arsch der Welt manchmal äh läuft Leute läuft sehr schön erst mal zurückziehen hier die zieht er auch ja ne sehr schön das hat sich gelohnt mal gucken was hier los ist da oben ist einer geil ja 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 so eine schwule Kugel hier ey da wüsste gar nicht wo du hinballern sollst komm lass mich durch hier ach man mal hol dich mal im Ditt hier Achtung feindlicher Luftangriff sehr schön Alter hier ist was los hier ist richtig action ab links geortet alle Mann vorrücken ein Solo hat ein passendes Ende gefunden könnte knapp werden ey dann rennen wir da mal hin dann rennen wir da mal hin da wollte ich nicht hin scheiße ey scheiße ey sehr schön ach man deaktiviert die Ablinkstation ohne sie können die Y-Wings der Rebellen keine Luftunterstützung fliegen ja raten wir was wir hier machen ey ja ist ein beschissener Winkel ey kann ich so sieht wie gar nichts machen kann ich so sieht wie gar nichts machen da kann ich nix machen ey Die Fluttenläufer als Ziel erfassen machen hier nicht ein ich krieg die krise ja aber doch nicht so viel wundervor Wir haben ihren Uplink deaktiviert und verhindert jegliche Reaktivierungsversuche. So muss es sein. Ja, genau. Ja, Peshauptet war meins. Na, gehe hoch. Oh, what? Oh, okay. Na, naja, wenigstens ne. Wunderbar. Alter, da oben, ey. Oh, what, alter, ey, kattet doch Dings. Ja, da packen die nicht. Skywalker, unweit von eurer Position geortet. Schaltet den Jedi aus. Aufmerksam. Rebellen in Sicht. Und ich stehe mal wieder nur da und macht nichts hier, ey. Mann, verpiss dich doch mal, du Scheiße. Meine Fresse, ey. Und ich stehe mal wieder. Wunderbar. 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 Vielen Dank.